In Corona-Zeiten zeigt sich solidarisches Handeln im Alltag. Allerorts leben vor, solidarisch ist man nicht alleine. Unser Dank gilt insbesondere allen Kolleginnen und Kollegen, die gerade im Dauereinsatz für unsere Gesellschaft sind. Die Corona-Krise zeigt uns deutlich, auf wen es wirklich ankommt. In Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in den Supermärkten, in der Produktion vollbringt das Personal Hochleistungen. Das alles geht für Sie mit erhöhtem Gesundheitsrisiko einher. Habt Dank, dass ihr für uns da seid. Ihr seid unverzichtbar.